Servus und Hallo, ich bin der Michi von ActiveCamping aus Bruckmühl bei Rosenheim. Wir befinden uns hier auf dem Caravan Salon in Düsseldorf auf dem Stand von Opus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt und euch von uns den Opus zeigen lasst. Wir haben mehrere Demo-Fahrzeuge hier auf dem Stand stehen. Einmal den Offroad für diejenigen, die es vielleicht ein bisschen wilder wollen und den Allroad für denjenigen, der gern mit der Familie zum Campen geht. Beide Fahrzeuge gibt es in verschiedenen Ausstattungen mit ganz reichhaltiger Grundausstattung, aber auch mit der Möglichkeit, das Ganze dann noch einmal selbst ein bisschen anzupassen, was man so gerne dabei hat. In der Grundausstattung schon dabei ist auf jeden Fall der Kühlschrank ist ein Gasherd, ist eine Sitzecke, sind mehrere Schlafmöglichkeiten und ihr könnt natürlich dann dazu einbauen in euren Opus, zum Beispiel eine Soundanlage oder eine Videoleinwand, gerade so wie ihr es haben wollt. Wenn ihr Lust habt, bucht euch einen VIP-Termin hier bei uns, entweder bei uns von ActiveCamping oder bei einem von unseren Messepartnern, zum Beispiel bei Michael von Airtrend und dann zeigen wir euch die Fahrzeuge und zeigen euch, wie viel Spaß ihr mit einem Opus haben könnt, wenn ihr gerne campen geht. Wenn ihr einen VIP-Termin buchen wollt, dann geht bitte auf die Seite von Opus, macht euch einen Termin aus und da nehmen wir uns auch wirklich Zeit für euch, um euch alles zu zeigen, was ihr sehen wollt. Die Fahrzeuge, das Vorzelt, das Sonnensegel. Ihr könnt euch wirklich das Fahrzeug so zusammenstellen, wie ihr es gerne haben wollt. Im Hintergrund hört ihr so ein bisschen den Kompressor laufen, denn unser Opus, der bläst sich von ganz alleine auf. Ihr braucht ungefähr fünf Minuten, bis das ganze Fahrzeug steht. Müsst dazu aber nicht selber tun, sondern ihr drückt auf den Knopf, macht euch das erste Bier auf und genießt den ersten Tag Camping. Wir freuen uns auf euch, kommt vorbei. Wir sind in Halle 3, Stand F62. Bis dahin macht's gut, Servus und pführt euch!